Okay, das schneide ich raus. Na, ist jetzt auch nur da zu. Die ist zu. Kann ich mit Wordedit auch Sachen importieren? Ja, import schematics directly into running server. Nein. Quatsch, was sag ich da? Ja. Programme verwechselt. Es ist natürlich... Ach, es gibt natürlich zwei Wordedits. Es gibt das Bucket Worldedit und ein externes Worldedit. Das eine kann das, kann das andere das gleiche? Das ist die Frage. Dokumentation. Kann es ein bisschen leise sein. Tutorial, 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 Configuration, Permissions. Schauen wir mal, was es in Wordedit gibt. Okay, diese Aufnahme kann ich mir schenken. Hier passiert nichts und ich höre im Hintergrund nur deine Schwester und Mutter. Und ich lese nur was im Internet nach und du hast versucht in Lava zu schwimmen. Ähm, von daher kann ich diese Aufnahme nicht vergessen. Ich stoppe einfach mal die Aufnahme. Ja.